Stuttgart hier oft getrutsch.tv ich hoffe ihr werdet alle am Start sein ich will sie sogar von Zocker und Schley und ja, ist das jetzt die E-Mail von ich warte noch auf eine E-Mail von EP Games in dem müssen wir noch mal eine V-Bucks zusenden ich habe nämlich gerade vor einer Stunde V-Bucks für 99 Euro habe ich davor ausgegeben habe ich gerade davor ausgegeben für den Stream für diesen kleinen Stream ab jetzt 5 Stunden volle Streaming 2 Pausen wollte ich einmal für Essen und ich habe eigentlich schon gedacht, ich stream jetzt schon ich wollte eigentlich schon vor einer Stunde den Stream 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 10 11 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 jetzt hat es nur einer den Kill wegnehmt hier kleines Go-Kind ich denke das kleine Kind sich so wenn ich damit rasieren will hier Jetzt werden wir den Pol-Bagger wiederholen. Nein, nein, gut. Oh, da ist wirklich ein Pol-Bagger wieder. Ja. Dann haben wir die Geräte. Was? Wuh, wuhh, bin ich jetzt doll. Die nehmen wir lieber mit, sonst ich will nochmal raus. Kleine Goose! Kleine Goose! Kle-kle-Ganz-Kla-Klie-Kla-Kleine Goose! Nein, ich hab noch gar nichts. Kle-kle-Klie-Kla-Kleine Goose! Ihr wurdet zerherrscht, Ihr Kleinen Garsch! Wurdet von mir vernichtet, vernichtet dann der Kleinen Goose, Kleinen Goose! Mann, leck mich doch am Arsch! Mann! Mann! Ja! Sch Yes! Ich bin echt zu home! Info, wie was ich jetzt in meinen Status packe. Und zwar bin ich live auf twitch.tv, der Zocker Schlee. Also Zocker Schlee. Und ja, Freunde, würde ich sagen, guckt gerne mal vorbeiratet rein. Und tschau tschau. Jetzt mal kurz bearbeitet. Twitch.tv Oh ja. Twitch.tv Jo, Freunde, was geht Herzlich willkommen zu diesem kleinen Status Info Video. Und zwar bin ich jetzt live auf twitch.tv. Ich werde jetzt auch noch mal einblenden, der Zocker Schlee. Also Zocker Schlee heiße ich. Und ja, schon alle mal vorbei. Ihr könnt gerne zuschauen, abonnieren und whatever. Es würde mich freuen, wenn ich euch da mal im Chat sehe. Ich werde jetzt das 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 Und du bist auch schon in die. Das war's für heute, dass wir uns jetzt live auf Zwitspielen folgen, ich werde jetzt auch mal einländen, denn so wird es schließlich, das ist so wichtig. Ja, auch das wäre die Grund. Und jetzt weiter geht's, meine Freunde. Ist jetzt gefragt, Freunde. Ja. Er wird noch gesendet. Ja, meine Freunde. Was? Uuuuuhhh... Freid... Ah! Untertitelung des ZDF, 2020